Hier willst du wieder einen Sniper haben Nihil, sollst du unbedingt aufsammeln. Deswegen, Nihil. Nihil, Nihil, Nihil. Nihil. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde TTT. Mit dabei ist der TauTau der Nils, mal wieder der Nihil. Ich, der Dalo, die Juli, der geile Gamer-Grant, ausnahmsweise auch mal wieder Goro bei, und der Maxi McFly. Heute Jubiläum, tausendste Folge bei Kundran, mehr Folgen als ich. Aber weniger als ich. Dalo, vergiss nämlich immer die Hälfte der Folgen hochzuladen. Am Arsch, ey. Am Arsch, Tautau. Am Arsch. Hast du einen PC? Am Arsch. Am Arsch, hast du einen PC? Am Arsch hast du einen PC. Der Rest hat mitgemacht. Das war ein Highlight. OMGB ist die beste Map. Nee, das ist die beschissenste Map gewesen. Es ist gut, dass du die nicht hochgeladen hast. Ich wollte die den Zuschauern gerne zeigen. Die Folge wurde dann nicht hochgeladen, weil man sich danach nicht mehr verbessern konnte. Und die müssen ja den Leuten nirgendwo auf Kontrolle bringen. Ja, genau, das ist die Folge, wo TTT dann zu Ende geht. Wir haben das Serienfinale abgedreht. Hey, Juli war da so. Kundran stirbt am Ende. Ist Kundran schwarz, oder wie? Das Ende haben wir schon zu Anfang abgedreht. Die ganze Story ist fertig, Leute. Irgendwer hat mich failen sehen. Ein paar Staffeln kommen noch. Ihr dürft aber noch raten, wie viele Staffeln noch kommen. Die DDD ist schon komplett abgedreht. Die DDD gibt's gar nicht mehr. Und dann machen wir doch noch weiter. Die Einschaltquoten waren zu gering. Musst ein schnelles Ende finden. Dann laden wir das Staffelfinale um. Wir werden jetzt jemals wieder Videos auf seinem Kanal hochladen. Man. Das ist so ein bisschen wie so Rückblicksfolgen, wo aus alten Folgen was zusammengestoppelt wird. DALO hat übrigens gestoppt. Was hat er denn eingekauft? Weihnachtsgeschenke für uns. Lieber guter DALO, schau uns nicht so böse an. Los, ich push ihn. Ich stecke deine Route ein. Außer die OMG-Folge. Du hast eine vergessen. Das Minecraft-Gefängnis. Oh, Einschluss. Juli. Das ist doch am Arsch. Am Arsch hab ich hochgeladen. Juli. Wir haben das öfters gespielt. Juli. 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 Das ist irgendwie ganz weit hochgeflogen. Es ist der Buschmann. Ja, sie ist einfach eine Stube. Ja, da gibts n.... Das mach ich doch auf der Fugschiff Map. Mach das mal. Super lustig. Verlierst halt 92 Leben. Aha voll lustig. Der hast du fast. Nein, da bin ich tot. Der hat gestorben im Haus. Welches Haus? Wow! Du, Christi hakt's nicht hoch. Da liegt einer. Hier liegt einer. Komma. Au. Maxi wurde... Ah, er wurde, glaube ich, vom Auto erwischt oder so. Nein. Er wurde doch vom Auto erwischt. Na nicht wie? Wurde er mit der Shotgun erschossen? Nee, Auto. Keine DNA gefunden, was da los. Nee, zeigt's nicht aufs Auto. Nee, heut mal nicht. Nils, ey, du bist ja... Töte dich selbst bitte, wenn du's bist. Pauter, was sagst du zu den Leichen? Kommt mal Verkehrsumvoraus. Also, am Auto klebt auch Blut, aber ich glaube... Am Arsch, lebt Blut, Hämorrhoiden. Oh, unwitzig. Der verfolgt mich. Hey, oh, Kunran! Kunran! Warum ruft Nephi random meinen Namen? Random deinen Namen? Ja, natürlich ruft er random meinen Namen. Ja, ja, random Kunran! Auf mich und TauTau. Auf mich und TauTau. Ich hab Kunran. Also... Detective... Lebt Detective noch? Nee, ne? Doch, einer. Nephi ins Gras gebissen. Wie kommen wir da hoch? Ach du Scheiße. Was macht das? Was war denn... Der ist jetzt wieder für... Was ist das hier für eine Kamera? Gordon Freeman saved my life, ey! Gordon Freeman saved my life! Geil! Full the Rock, ey! Geil! Noch ein Friendship! Ich seh nix. Dann ist es Fisk, wenn noch ein Friendship war. Ja, das war immer ich. Ich hab doch grad Kunran gemacht, deswegen war ich's. guter Move von dir Fisk, aber nicht gewinnig. Geil, ne? Oh mein Gott, ich hab ins Licht geschaut. Der schießt da. Ja. Sehr gut. Okay, das ist ne voll Traitorvolle, ja, ja. Ich geh doch mal zurück zu dieser Maschine, die leuchtet jetzt grün. Eben leuchtet... Ja, man kann da Leute zum Melonen verarbeiten, glaub ich, oder so. Melonen, ja. Dann bin ich da reingefallen. Hallo, Gordon! Save my life! Ja, wenn da jetzt auf den Klopf rückkommt, ne Melonen raus. Ja, ey. Ich hab mich wegen Bier selber getötet. Melonen, Melonen. Awww. Da wär Goro jetzt als Melonen raus. Ja, ich war später. Ich hatte Juli als Ziel. Baby oder was wolltest du? Ja, ich hab's gemerkt. Pistol, sie hatte ja so wenig Leben. Ich hab's ja da noch mit einer Pistol einfach erschossen. Ja. Du bist so ein Unmensch. Ich find ihn gut. Das Problem ist einfach nur, ich hatte noch einen bloody Knife, wollte dann Tautau damit töten. Einen hast du? Ach, doch. Ja, ja, ich hab ihn auch erwischt. Aber er hatte so ein Helfding, weswegen ich mehrmals zugestochen habe. Und dann jedes Mal wie ein Beklopfter auf meine Maus gehauen hab. Danach hab ich ihn dann getötet. Dann hat die Waffe automatisch auf den Friendship gewechselt. Und ich hab noch mal geklickt. Du Scheiße. Als Leiche bin ich vorhin durch die Spieler geklickt und auf einmal hör ich bei Gwenzel Musik. Ich sag, ach, alles klar. Oh, die Wippe kann sich hier voll durch die Erde drehen. Die Witwe? Die Wippe. Die Witwe. Oh mein Gott, wir haben ja ein Verkehrsverfahren. Hey, Dalo hat grad ein Ding uns dann gemacht. Was? Dead Ringer. Ich hab Gordon Freeman Save My Life angemacht im Radio. Hey, Dead Ringer schon wieder, ey. Mach doch den Dead Ringer Test. Hier. Dead Ringer Test erlaubt. Wir haben ja ein Verkehrsverfahren. Yeah. Detective Goro bei. Sehen Sie mal, wir haben hier ein Verkehrsopfer. Ich will von dir gar nichts sehen. Hier. Er hat dich Opfer genannt, Goro. Hier wird Lärmung für Left for the 2 gemacht. Boah. So 2003. Was machst du mit der Leiche? Hallo, kann ich ihm mein Menü anbieten? Ich versuch's nicht wieder. Ich versuch's nicht wieder. Hier ist ganz leckeres Essen heute bei uns. Hä, die haben den Teppich einfach ins Bett verlegt. Schauen Sie. Schauen Sie, Juli. Okay. Nefi und Kundran sind auf dem Kinderspielplatz. Das ist ja wohl pervers. Was? Hallo? Kann ich Ihnen das zuerst anbieten? Die nächste Folge hieß schon Kundran der Spanner. Kundran. Nefi hat mich verfolgt. Ja, weil ich entgegenkomme. Ich bin ja rückwärts gelaufen. Ich bin Michael Jackson. Dün, 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 dün. Versuchen Sie sich grad selber umzupringen? Was macht ihr eigentlich? Was macht ihr eigentlich? Was macht ihr eigentlich? Was macht ihr eigentlich? Du bist das von beiden Seiten gleichzeitig an. Pass auf, dann. Du bist mit den Autos. Das käme man dann aus dem anderen Spiel. Ich dachte, das fällt auf dich raus. Guck mal, was ich gemacht hab. Toll, Nils. Das ist super gemacht. Das klang jetzt so, als ob Tauta auf die Straße geschissen hätte und sagt so, guck mal, was ich gemacht hab. Nefi, Nefi hat mich grad angeschossen. Ich hab gar nichts gemacht. Ja, der hat eben mich auch verfolgt. Ich hab noch von der Munition gewechselt, als wir das wissen. Komm hier, Nefi. Oh, man hängt hier. Was tut hier? Da passiert gleich was. Da passiert gleich nichts Gutes. Kann man den zur Melone machen? Bestimmt. Au. Ey, da war ein Baby. Von wem kam das? Julie hat ein Baby geworfen. Ausgepresst hat sie. Max nimmt da eine dreckigen Flossen davon weg. Das ist seine Julie. Das ist seine Julie. Tschüss. Das ist seine Julie. Scheiße. Ja, da waren aber keine Credits mit drin. Du hast mit drei Schaden gemacht. Max hier ist es. Oh. Mit was wollte ich der? Oh, Moment. Da connected einer ist. Wie heißt der? Was hab ich in der Hand? Apropos unser Ding. Nein, wir sind den D-Zum gefallen. D-Zum gefallen. Der D-Zum gefallen. Der Sniper hat. AWP, AWP, Sniper. Okay, weg, weg hier. Dann ist es Fisk. Der ist der einzige, der hier nicht steht. Ja, der steht. Er ist der einzige, der hier nicht steht. Der müsste irgendwo aus der Richtung kommen. Genau, du hast erwischt. Ah. Bitch. Jo. Warst du das Tautau? Ist das jetzt? Alter. Ach, scheiße. Tautau, er hat doch einen Traitor gekillt. Er hat mir ins Kreuz geschossen. Bist du sicher, dass er ... Tautau hat mich auch schon geschubst? Ja, dann tötet mich irgendwie Nummer zwei Flamen. Ist eigentlich irgendwo noch Munition rum. Da ist Tautau. Da hinten ist jemand. Ja, ich war das. Oh, den Freeman, das ist ... Nefi. Ja, aber ganz ehrlich. Nefi, Tautau. Ich glaube, es ist leider wirklich Fiss. Mach's überheben auch noch irgendwo. Ja, wo ist Fiss denn? Wo versteckt er sich wieder? Ja, hier oben im Haus denn. Ich glaube, ich weiß, wo er sich versteckt. Alter, hier sind tausend Leichen. Blöd hier reinzukommen. Ich hab Fisch getötet. Weißt du, du hast den Fisch getötet? Na, da liegt er. Hat er gar nicht. So wie er das gesagt hat, ist er der andere Traitor. Rein zum Abschluss. Was? Kommt dran. Die Leute sterben einfach nicht mit einer Ladung rotem Kopf. Das neue Wort ist jetzt Macadilla. Macadilla, da oben lag er über dem Friendship rum. Töte mich. Da liegt ein Friendship rum. Nein. Nein. So spät. Nefi hat sich dann betätet. Es ist zu spät. Zu spät. Zu spät. Zu spät. Kam diese Woche nicht Spar Wars raus? Nein, nächste Woche. Wo die Folge online kommt. Achso, das kann sein, ja. Das könnte sein, ja. Ne, es kam... Ist heute der 17. schon? Die Folge kommt... Ja, doch. Ne, das ist sogar schon die nächste Woche, wenn das raus... Ne, es ist ein Wochenende von der Woche. Genau, ja. Also viel Spaß in Star Wars. Samstag ist heute bei den 9. Möge die Waffermittags sein. Haben schon alle geguckt, ey. Genau, haben wir schon alle geguckt. Aber da, du kannst doch eigentlich nicht für Star Wars sein, oder? Ne, bin ich auch nicht. Weil du bist doch ein Trekkie. Dalu kann doch auch kein Trekkie sein. Dalu kann doch auch kein Trekkie sein. Dalu ist doch gegen alles. Wie soll er denn Trekkie grünen? Gegen alles? Der Fisk ist gegen alles. Gegen alles, was gegen Star Trek ist. Ob das war, ey. Gegen alles, was gegen Star Trek ist, hat er. Lügenpresse, ey. Lügenpresse. Das ist doch nicht gegen alles wär's, Fisk. Au. Ich nicht. Fisk ist der größte Anti-Mensch, der existiert, ey. Der Anti-Mensch. Der Anti-Mensch. Der Anti-Mensch. Der Anti-Mensch, ey. Ich find das doof, dass Dalu mal fliegen kann. Wieso? Ne, wie irgendwas ist das? Ich will auch fliegen. Ja, ich weiß. Aber ich will ja immer noch wissen ... Wenn Dalu geflogen ist, ist das ein Traitor. Aber ich will ja immer noch wissen ... Alter, ich hab ne Idee. Stell dich mal da hin. Was hältst du eigentlich von der These? Wo ging der hin? Welche These? Dass Jar Jar Binks ein Cis-Lord ist. Ich hasse Jar Jar Binks. Und ich bin auch kein großer Star Wars-Kenner. Wegen der Fisk? Pfeffer mich hoch. Pfeffer mich hoch. Als Partylicht. Okay. Die Erklärung, warum Jar Jar Binks ein Cis-Lord sein könnte. Fand ich sehr interessant. Also, es muss sich ja aufklären, wer dieser Kylo Ren ist. Das wissen jetzt die meisten wahrscheinlich schon, weil sie den Film gesehen haben, wenn diese Folge rauskommt. Aber, äh ... Es könnte ja Jar Jar Binks sein. Oder Luke Skywalker. Was? Ich versteh nicht ... Eingekopft Dalu, ja? Geh ich auch mit mir über Star Wars reden. Der ist doch total nett gewesen, Jar Jar Binks. Ja, aber den guckt ihr einfach mal dieses Erklärungsvideo an. Da sind so viele Sachen. Ja, genau. Das ist echt möglich. Ist euch nicht mal aufgefallen, dass Goro so ein bisschen wie Jar Jar Binks das ist? Oh, das ist ne Beleidigung, Goro. Mach ich's fertig. Oh, no missa, no missa. No missa. No missa. Okay. Sag zu viel, Nils. Die Taste wurde der Schalter hier und jetzt kann man da nicht mal rein. Das einzige was fehlt sind seine Ohren, die rumflabbern. Sicher? Dafür flabbert was an. Na ja, da war irgendeine Horror-Tour auf der Brüste. Lappert was? Die Brüste. So muss Max. Maxi ist doch Stete. Die Tauter mich hauen. Ey, der schockt da gerade. Aber Nephi und Goro wollen mich sowieso machen, ja. Ne, ich will's dir nicht machen. Lass mal auf. Ey Fist, du hast es doch auch gesehen. Ja, klar. Natürlich. Es ging mehr darum, dass du... Warum ist Nephi verletzt? Weil ich vom Dach gefallen bin. Weil ich vom Dach gefallen bin. Er ist vom Dach gefallen. Aber auf Nephi. Er hat auf einen Baby-Launcher. Nephi hat einen Baby. Hier, das ist ein Baby. Da, Baby. Passt mich die ganze Zeit an. Ey, er schießt auf Grants. Er hat auf mich geschossen. Richtig. Ey, Frenschel. Guck mal, wie schlecht der ist. Voll daneben, der Frenschel. Guck, da fliegt er wieder, Mann. Komm, wir müssen das Auto auf den da oben schmeißen. Gut, dass du Dachs hast. Wer ist denn der da oben? Ja, wer ist denn das? Ich hab gemerkt, dass ich keinen Fehler gemacht habe. Der kommt nicht mehr runter, hier. Komm, wir werfen ihn mit Stein. Ach, den da. Ihr müsst den Stein einfach wegschießen. Au. Oder einfach hier Tautaut umbringen. Tautau umbringen solltet ihr. Tautau. Tautau ist zusammen gesangt. Da liegen aber noch ein paar. Oh, da hat's jemanden erwischt vom Kopf. Der Nils hat sich runtergestürzt. Abgestürzt. Abgestürzt, Nils. War ja klar, dass er wieder einen Abknicker schiebt. Abknicker, abknicker. Das war eigentlich das Item. Ich hab Tautau getötet. Indem er McFly hingerichtet hat. Siegel schuss, das war ich. Guck mal. Wer ist denn jetzt noch der andere? Zwei Trader haben wir noch. Ich glaub, einer von uns ist Dalu. Ich hab einen Trader umgebracht. Es können ja nicht so viele sein. Dalu ist safe. Dalu ist auch nicht safe. Okay, dann sind's Nephi und Dalu wahrscheinlich. Nein, ich bin ja auch Inno. Ja, aber wieso widersprichst du denn dem Detail? Ich hab den Detail nicht widersprochen. Ich hab doch gar nicht widersprochen. Du hast geschossen, aber Tautau ist schon lange tot. Du hast gesagt, Dalu ist safe. Ja, Dalu hat doch den Trader erschossen. Nee, das war überhaupt nicht. Dalu hat erst Schuss dafür gegeben, als Tautau tot war. Nee, dann hab ich mich auf seine Aussage gestellt. Leute, ich glaube... Ja, ich guck jetzt mit dem scheiß DNA da. Ja. Ja, geht nicht mehr. Ist zu alt. Bestimmt. DNA-Simple ist zu alt. Im Chat steht, dass der Detective seine DNA gefunden hat. Das ist decayed. Ey, Fizz, jetzt lass dir nichts erzählen, Mann! Ja, echt? Alter, ich sag Goro jetzt erst mal ab. Einfach nur, um zu gucken, was passiert. Äh... Jar Jar Binks! Hast du ihn gemacht? Was ist da passiert? Goro hat Dalu gemacht, glaub ich. Das ging zu einfach. Der ist im Dead Ringer, oder? Ich glaub ja. Das wär zu einfach gewesen. Komm ich da nicht durch? Wer ist das? Ich. Bist du's? Nein. Wie kommen wir da hoch? Gar nicht wahrscheinlich, oder? Nee, es ist ein Traitorgang. Es ist ein Traitorgang, ist das. Achso. Ja, warte, das ist ja richtig. Ah nee, er hatte das Ding, ne? Die Luke. Okay. Conran. Conran, es ist, okay. Wie kannst du das überleben? Das ist physikalisch. Ich versteh auch nicht, wie Fizz hast du ein Hells-Ball-Fizz. Nein. Warum überleben alle eine Ladung Schrot in den Kopf heute? Also, ich bin... Nein! Das... Gordon Freeman, save my life. Alles explodiert. Was? Nicht erschrecken. Fast keine Muni mehr ist das Problem. Oh, er ist ein Deadwinger. Ja, er ist hier über uns auf dem Dach. Ach nee, Conran lebt noch. Na gut. Hallo. Zwei Headshots, zwei Treffer. Wenn Goro Jaja ist, dann ist durch diese Aktion Jaja ein Sith Lord. Okay. Konfert. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Kopf ... Das war ja so einfach. Du warst überrascht von dir selbst. Aber hast recht, Dalu. Die Macht hat seine Hand geleitet. Dann hätte ich das natürlich gemacht. Ja, eben. Konran hätt nicht geschossen. Konran, der hätt das gewusst, dass das alles Inno ist. Ich wär ins Land geschossen worden, hätt ich den Schuss gemacht. Konran hat mein Fenster eingeschlagen. Nicht nett. Konran meint, er hat hier in alle Regen. Konran hat meine Waffen geklaut. Aber Konran ist länger dabei, der darf nicht. Du ab und zu mal dabei bist, Goro hier. Dafür schieß ich ihn in den Rücken. Ey, hier werd ich geschossen. Hallo. Und dem Goro auch noch mal. Oh fuck, Daniel, du Arsch! Weißt du, ich hab dich noch nicht mal getroffen. Wenn du so lange dabei wärst, wie Konran. Wie sieht das aus, ey? Dann hätt ich schon über 1000 ... Ach nee, warte mal. Ach ja. Kann man nicht langsam davon ausgehen, dass Grants TTT-Projekt so folgenmäßig das größte auf YouTube ist? Ja, weil er die teilt. Ja und? Trotzdem bin ich ... Ich hab den längsten so. Aber nicht folgenmäßig. Aber, ja, ja, ich mein halt, an Parts. Was gibt's da noch vielleicht? Dann dreh ich halt jetzt noch mal privaten Parts. Dann würd ich das so erschießen, Nephi, oder was hast du in der Gartenhütte gemacht? Was? Ich hab da drin eine Waffe gesucht. Eine Waffe gesucht? Du hast doch schon eine Sniper die ganze Zeit gehabt, Nephi. Ich werd auch bald ins Innesburg eingetragen. Ziel streb ich direkt. Runde hat angefangen, Grollen wurden verteilt. Rennt der erst mal zum Gartenhütchen. Was hab ich verteilt? In Skin is Drew kommst du als Gamer? Die Rollen wurden verteilt, um ganz Ziel streb ich zum Gartenhütchen. Ich war voll lange am anderen Ende. Als bester Gamer. Ziel streb ich ja noch mal zum Gamer. Ich hab dich von Anfang an verfolgt. Das ist Machen drückt immer gegenseitig. Quatsch. Hau ab, ey. Ich bin es nicht. Maxi stichet hier die ganze Zeit. Da fliegt Tauto, Leute. Schießt das Ding ab. Wie fandet ihr eigentlich den YouTube Rewind? Wie fandet ihr eigentlich den YouTube Rewind? Kacke. Wie ist der Tauto abgeschossen? Der YouTube Rewind war richtig schlecht. Oh, hier wurde jemand getötet. Nein, hier hinten war einer. Oh, guck mal. Er wollte mit einer Sniper getötet. Ja. Und ich hab einen normalen Sniper. Hallo, ich bin hier vorne. Nefi. Das ist Nefi. Ich bin hier vorne. Das warst du. Du bist doch gerade aus dem Haus gerannt, du. Julie, wo ist er dann? Oh, guck mal. In Silence AWP hat er getroppt. Ja, random war es trotzdem. Ja, du bist doch. Das war nicht random. Natürlich. Du hast nichts gesehen. Ich hab doch gesehen, wie du aus dem Haus gerannt bist. Ach, du hast nichts gesehen. Er hat mich letztens auch random gekillt. Er kann sich überhaupt nicht beschweren. Hier spielt das Spiel alle im Fall. Ja, echt. Nefi's down. Ist das das erste Mal, dass er TDC spielt? Maxi hat Nefi getötet. Ein Fisch kießt mich noch ab dafür. Ja, du bist ja auch einfach weggelaufen, ohne zu identifizieren. Ich hab doch die Waffe erst mal zu hierhin geworfen. Als Silence AWP hab ich die auf die Füße geworfen, du. Können wir Kundern mal fragen, was sie spielt? Ja, frag doch mal Kundern. Der ist ja schon lange, dann hat jemand die andere sich jetzt aufgesammelt. Ne, ne, ich hab sie. Alles gut. Wir haben zwei Sorte. Oh. Hier, aber schieß doch nicht. Random? Hey, warte mal. Wer hier um die Ecke kommt, den ging natürlich ab. Das ist der kleine Nils. Hab ihn. Hab mit drauf geschossen, dann ist Maxi der andere. Ich bin auch safe. Was, bist du bescheuert? Ich war hier auf dem Dach. Ganz safe. Ganz safe. Das macht sich besser. Maxi ist der andere dann. Echt? Ich hätte gerade so reingeguckt. Irgendwas nicht mitbekommen, Grants. Wer Goro? Ja, der ist unter mir in dem Haus. Ah stimmt, der belebt hier Nefi wieder. Hat Nefis Leiche weggenommen. Nein, hat er nicht. Ich weiß. Hey! Ausgetrickst! Haha, Goro. Da ist er gerannt gerade, hier um die Ecke. Da ist er! Wieso? War es doch? Juli hat ihn getötet, gut gemacht Juli. Er war ein Dreilter! Er war ein Dreilter! Oh shit! Womit hat er gehandelt? Mit Gamern. Ich hab auch Fade, du Opfer. Hey, nichts gegen mich, Juli. Tut mir leid, manchmal musst du dran glauben. Jetzt einfach zielstrebig erstmal in die Gartenhütte, bleibt der für ein paar Sekunden und kommt wieder raus. Maxi, das will ich auch sehen nächstes Mal. Hey! Das nimmt irgendwann kein gutes Ende mit uns, Kundran. Wenn wir immer in den gleichen Shop, also in den gleichen Raum laufen. Ja, aber wenn jemand mal Traitor wird. Traitor! Traitor! Jetzt sind wir übrigens Juli und Nephi. Und der Dritte? Eigentlich wär jetzt auch mal wieder meine Runde. Ja, es wär schön gewesen. Es ist Kundran, glaub ich. Nephi hat gesagt, er ist Traitor. Es ist schon wieder Kundran. Nephi ist bestimmt bei seiner Hütte. Tautau holt sich immer die eine Leiche ab. Nephi ist eh mal auf dem Spielplatz. Diesmal hat Kundran seine Gartenhütte in Besitz genommen. Ich wollte Nephi ja von... Nephi hat angesagt, er ist es. Ich weiß, ich bin dabei. Niefi sagt er an, der ist es. Wer ohne Sünde ist, der wär für den ersten Stein. Okay, alles klar. Hey, du bist nicht Jesus. Alles Tageschaffig. Tanze! Ey Kundran, Mann! Ey Kundran, Mann! Ich hab hier keine mehr. Aber du hast mich mehr abgezogen, oder? Komm Juli! Oh, komm! Das hab ich genau gesehen. Ich hab 63. Ja, ich hab 65. Was liegt denn hier? Was ist das? Ich bin eingefroren. Juli! Ich muss die Waffe wechseln. Wo ist er? Wo sind sie? Ich hab alles zugesmoked. Oh mein Gott, Kundran ist im Waffenladen eingebrochen. Ich kann gar nichts sehen. Ja, ich kann auch nichts sehen. Alles voll mit Nebel, ey. Wer schießt denn da hinten? Das war Kundran. Das muss Nephi gewesen sein, weil der hat einen Sniper. Oh, wo ist Nephi? Nephi hat's angekündigt. Dafür nehme ich jetzt den Ziegel. Nephi hat's gejingelt. Ziegel? Auf! Goro, Goro bei, Goro bei. Der Goro, Goro, Goro bei. Ist es denn jetzt auch schon mit dir vorbei? Ja. Geh weg! Nicht dahin! Der explodiert doch immer. Oh Gott. Gut, also Fisk. Also ich... Ja, ich bin ein Sniper. Ja, sag ich Fisk. Oder ist wieder Nephi. Nein Nephi, echt? Das ist der Mann. Ich komm hier nicht mehr raus, die Tür... Was, Pommel, Taukau? Wo wurdest du denn an gesnipert? Okay, ich weiß so. Der ist tot gesnipert. Also den Duschen versteckt er sich nicht. Du, du, du. Du, du, du. Wen haben wir denn noch, hast du? Ja, wen haben wir denn noch? Gute Frage. Wen haben wir denn noch? Ah! Scheiße daneben! Ah, geh mal weg, geh! Boah, sehr gut. Hey, gut. Da steckt er, ey. Ja, was? Wo war das Backup? Da war das Backup, ey. Daru, das war für den Stein, den du genommen hast. Ja, aber noch... Wir haben noch nichts gegen McFly. Ja, auch ein sehr guter Taktiker. Heute bei Rainbow Six. Ja, Daru, mach mal die Tür auf. Okay, gib du mir Backup. Und dann messert mich einer vor den... Ach, Mann, gegen... Aber dafür konnte ich ihn... Also, er hat auch nicht realisiert, dass ich da stand. Ich konnte ihm einfach... Ich konnte ihn auch fast messer. Naja, jetzt müssten manchmal Opfer gebracht werden, ne. Muss man ja mal so sagen. Ich möchte mal ankündigen... Der hat der FBI jetzt nicht draufstehen. Der war die Guten. Ich dachte, der FBI ist gut. Kann ich auch nichts für. Das ist bei Rainbow Six völlig irrelevant. Ich weiß. Da best. Könnte Kunran sein, er kommt nicht hinterher. Wenn ihr mal guckt, Kunran... Der ist schon so lange dabei, der kauft so... Der ist so lange dabei und trotzdem auf dem Scoreboard ganz unten. Erkennt mich hier auf dem... Komm mal wieder rein hier, Fisk. Nö. Gatt's das vergessen. Haha, nö, sagt er. Gatt's das vergessen. Hier, willst du wieder einen Sniper haben, Nephi? Oh Gott, wir steuern. Sollst du unbedingt aussammeln. Deswegen. Nephi! 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 Ja, wenn du die Falle auslöst. Wo ist er denn? Wo ist er? Einfach draufgedrückt. Er ist bestimmt im Kühlraum hinter dem Kantinerraum. Ist das eine Scheiße hier? Grenz, Grenz, Kühlerraum, Kühlerraum, Kühlerraum. Oh Gott, wie low. Kühlerraum. Kühlraum, genau. Das war jetzt natürlich ne Überraschung. Oh, Goro! Ja, ich nehm die Pille. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! What? Will ich da rein? So, ich hab Nephi gemacht. Wie du vor, Maxi, da explodiert. Ist Grenz schon tot oder? Der ist doch explodiert. Oh, hier ist er tot. Ja, dann ist der letzte. Oh nein! Oh nein, bitte nicht! Hör auf! Du mit deiner Pille! Nimm die Pille, Junge! Heute hat noch kein Baby getroffen, naja. Na, alle Babys waren... Gut gemacht. Oh Mann, ey, ich hab so schlecht gegen Nils geschossen. Ich drück einfach Explode Radio. Ich drück einfach Explode Radio. So eine Mikrowelle als auch ne Märzführer. Ich wollte dich brennen sehen. Ihr wisst ja gar nicht, wie manche sind jetzt hier richtig stehen. Grund dran auch nicht, ey, der blockt mich dauernd, wenn ich offen hole. Ey, ich will die Shotgun! Ich drück einfach E. Ich drück einfach E. Ich drück einfach E. Ich drück einfach E. Und ich denk so, hä, warum? Ich hab die Shotgun. Heiland, zack. Unglaubt nicht. Die Lache ist das ultimative Böse. Ultimative. Ultimativ. Oh mein Gott, ich hab die Diesel vergessen. Oh mein Gott, ich hab die Diesel vergessen. Hier ist ne Shotgun. Ich hab eine. Wieder Detektiv, Mann! Was ist denn los hier, ey? Da hat sie den Schuss los ist. Nicht einmal Trader geworden. Da löst sie den Schuss. Was ist denn Schuss? Dead Ringer Test. Ich will doch Gordon Freeman anmachen. Es ist so abfick. Hä? Das ist kein Verbrechen, Juli, wenn man fett ist. Nächste Runde, also nächste Map stelle ich mich als 60% Traitor an. Was war das? Verbrechen, wenn man fett ist, Grants? Was war das denn? Ja, Juli hat mich beleidigt. Ey. Ich hab gesagt, watt. Das Watt, das Wattelicht, äh. Mehr. Ey, ich hab's zum ersten Mal hier rauf geschafft. Nils. Hier kann man hinter, da kannst du hinter. Boah. Boah. Guten Tag. Störe ich jemanden? Nö. Ah. Das ist ein ziemlicher Schiss gewesen. Max ist, Max ist kleiner Bruder hinten. Friendship. Boah, Gwenz hat doch den, du hast doch den Friendship gezündet, oder? Ich hab eine Granate in der Hand gehabt. Ja, ja. Hier liegt sie. Hier liegt sie. Echt wahr. Eben. Auf dem Parkplatz, auf dem Parkplatz ist er. Ich bin das nicht. Bin blinded weißer Geistot. Ich wollt nur lauschen, ob du das vielleicht machst. Ey, ich hab mit dir aber jetzt auch nicht richtig gelauscht, ne? Du hast noch zu. Aber ich hatte ne Granate in der Hand, als ich das... Ja, vielleicht hast du ja voll gewechselt. Ich spiel keine Musik. Ne, ne, die hatte ich schon länger in der Hand. Aua. Das wurde auch mal klar. Ist das trotzdem, oder? Nein. Hast du grad ja auch in mir angestorben, oder nicht? Vielleicht bist du's. Oh Gott, da wurde an der Falle ausgelöst. Der Feuermagier ist in der Boden. Gordon Freeman ist explodiert. Gordon Freeman. Kundran und Juli haben sie auf jeden Fall da duelliert. Könnte Nephi gewinnen sein, der war sehr in der Nähe von der Falle. Ja, aber die kann ich ja von überall auslösen. Hier ist einer tot und da kam Juli her. Oh mein Gott. Und Nephi auch noch und das ganze Traitor ficken. Nephi hat geschossen. Ich komm nicht raus. Nephi. Nephi. Dead Ringer. Dead Ringer. Dead Ringer. Dafür hab ich auch genug getroffen. Dafür hab ich nicht genug getroffen. Bewacht die ganze Umgebung. Der geht bestimmt hier wieder durch, oder? Haltet die Augen auf. Und wer liegt immer tot? Ne, das ist sein. Dead Ringer. Das ist der Dead Ringer. In dem Wohnhaus, hier hinten auf deiner Straßenseite. Stürmen, Leute. Kunran und der ist cyber. Ich halte die Fenster. Durchsuchungsbefehl. Der ist in unserem Lieblingshaus, Kunran. Tau, Tau, gibt es einen Grund, warum du direkt entgegengesetzten Wegläuf als alle anderen? Ah, was? Wie? Was? Der ist hier hinten im Haus, wurde gesagt. Warum redest du den anderen Weg? Ja, der läuft da hinten in des Haus, Manns hier. Ja, Tau, Tau. Oh Gott. Hey, warte mal. Dalu wird getötet. Ne, Fisk. Ne, ja. Ne, ja. Ne, ja. Genau hier vor. Genau hier vor. Wo war das Backup, ja? Habe ich da gerade einen Portalgun gehört? Hier ist ein Sheriff gestorben. Hier ist doch nicht mehr erlaubt, oder? Ist der Mann an, Nils? Ne, ist doch nicht. Da hinten ist Kunran. Da hätt Grants auf den Schatz gesehen. Ja, aber ich war ja mit dir im Dingens. Juli? Achso. Ja. Finde ich nicht. Kann ich gleich sagen. Friends? Kann ich dir gleich sagen. Ja. Ach, Grancy Boy. Was du nicht sagst. Grancy Boy. Guck mal, was ich hier habe in der Hand. Das ist ein Baby, ne? Nein. Das ist ein... Ey, gib mir wieder! Ey! Hallo, kommt dran. Ah, das war Juli, ist das? Ja? Krieg ich aus wie Kumpran, oder? Halt mal toten Händen anreißen. Nicht nur in Kark-Szene, sorry. Ja. K steht bei mir, gell? Hm. Ich geh für Kacke. Da hinten, Kunra, der versteckt sich im letzten Eck. Ich hab Nephi eben schon angeschopfen. Hinten bei der Spielplatzhütte ist Nephi. Hinter mir. Wer? Der Ringer. Der Ringer. Der Ringer. Der Ringer. Der Ringer. Der Ringer. Was wollte Nils da sagen, ey? Der Ringer bestimmt und Fade, ich sterbe gleich, Nils. Ja, mag sein. Hoffentlich stirbst du, dann krieg ich nämlich meinen ... Nein, wenn du stirbst, dann nehm ich erst mal meinen DNA-Skanner wieder, den ich von Dalu geerbt hab. Wollen wir einfach Tautau erschießen? Warum? Ja, von mir auch. Aber Juli lebt auch noch. Nephi ist im Haus, hier am Ende der Straße. Juli. Ist Tautau der Erste gewesen, der sich umgedreht hat und ganz schnell vom Haus weggerannt ist. Ja, ich glaub, sie checkt uns. War Grund doch nicht im Dead Ringer? Boah, das Haus ist Haus. Ja, alles klar, er hat den Dete gekillt. Hey, gegen wen müssen wir uns jetzt verbinden? Warte mal. Hey, warte mal, wieso hat er keinen DNA-Skanner? Das ist Fisk. Kann ich meinen DNA-Skanner wieder haben? Achso. Ich war nicht. Dead Ringer! Achso! Und wir richten Tautau hin. Hey, hier liegt der DNA-Skanner. Ah, danke. Es ist auf jeden Fall Fisk. Und ich hab ihn. Oh. Nice. Ich dachte, Nils wäre tot, ne? Vielleicht hat er auch. Wingo, wingo. Wingo, wingo, ey. So, hä? Warte mal. Ciao! Ciao!